Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele. Lass gern dein Like, dein Kommentar und auch dein Abo da. Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam wachsen und genau deswegen lege ich auch direkt los. So, liebe Seele, dann wollen wir doch sehen, was der Tag für dich bereithält. Auf jeden Fall sieht es sehr spannend aus. Folge dem Weg deiner Seele und lasse dich von nichts und niemandem aufhalten. Ja, man merkt, heute kommst du gerade emotional auch in sehr, sehr viel mehr Leichtigkeit. Du wirst hier vor Entscheidungen gestellt, die dir auch gar nicht mehr so schwer fallen, diese zu, naja, wie soll ich sagen, zu fällen. Ja, also auch aus dem Bauch heraus diese zu fällen und dadurch natürlich für dich eine höhere Warte deines Wachstums anzupeilen. Das ist sehr, sehr gut, weil dadurch die Loyalität und Treue zu dir selbst gefördert wird. Du dir auch im Außen ein gewisses Bild wieder aufrecht erhältst, was deine Stärke zeigt, weil die wieder präsent wird durch deine Leichtigkeit und somit natürlich auch eine Einladung fürs eigene Leben ist, das Bejahen des eigenen Lebens. Und deswegen wird die Leichtigkeit heute in deiner Treue zu dir selbst auch verwurzelt, was sehr wichtig ist. Denn die Wichtigkeit, die hier liegt, hast du auch hier im Außenbereich deines Lebens. Ja, die ganze Zeit möchten dir Menschen sagen, was für dich gut ist, aber dabei weißt du es am besten und das trägst du heute auch raus. Du hast heute einen gewissen Schutzpanzer um dich rum, der von deinem Seelenruf auch folgt und dem du auch wirklich voll und ganz vertrauen kannst. Und dadurch gehst du eben in diese Vogelperspektive. Du gehst gar nicht aus dem Ego heraus in irgendeine Situation, sondern peilst wirklich das an, was das Beste für die Allgemeinheit ist. Es ist egal, ob es jetzt deinem Willen aufzeigt oder du dich kompromissbereit zeigst für dein Außen. Je nach Thema wird es einfach eine wundervolle, harmonische Aufeinander-Zukommen-Energie geben, gerade mit Menschen, die dir sehr, sehr wichtig sind, also Menschen, die dir nahestehen, Partner, Familie und auch die engsten Freunde. Und daraus wirst du dann heute auch noch wachsen können, weil du ein Beispiel dafür bist, dass Wandlung immer bei sich selbst anfängt. Und das ist auch schön so. Das ist natürlich jetzt auch noch so ein Goodie für dich, würde ich sagen, also ein Bonus, weil in dieser Festigung, in der du dann heute bist, weil du auch dir selbst vertraust und somit auch in deinem Seelenkonzept weiter vorankommst, hast du auch die Möglichkeit für dich eigene Heilung, ja, vollziehen zu können. Und das, weil du einer Angst aus der Kindheit heute ein bisschen in die Augen schaust, ja. Natürlich sagt die Karte, du kannst dir eine auch suchen, aber es wird etwas aus der Kindheit sein, was dich natürlich sehr lange beschäftigt hat, aber dafür jetzt eine umso schnellere Wandlung auch nehmen kann in die Positivität. Deswegen ist auch die Leichtigkeit heute immer wieder Begleiter, dass du nicht in die Angst verfällst, sondern dass du dich erstellst und sagen kannst, hey, ich will vorankommen im Leben. Es ist auch ein schönes Aufzeigen davor, dass du Entscheidungen, vor denen du Angst hast, dann heute auch fällen kannst und dass deswegen wahrscheinlich auch wichtige Entscheidungen im Finanzsektor stehen, wichtige Entscheidungen im Berufssektor und auch wichtige Entscheidungen, was deine Träume und Wünsche betrifft. Es ist also nicht so der Tag der Entscheidung für dich, aber der Tag der wichtigen Entscheidungen. Und das zeigt natürlich auch, folge auch weiter dem Ruf deiner Seele, weil deine Seele weiß, was gut für dich ist. Und diese Loyalität zu dir selbst, die solltest du nicht unterbrechen, weil die ist sehr, sehr stark. Ja, lausche dem ewigen Lied deiner Seele, spüre sie und lerne ihr zu vertrauen. Da wirst du nochmal drauf hingewiesen und das ist wichtig, weil natürlich, wenn die Angst im Spiel ist und du probierst, sie abzulegen oder zu heilen, dann heißt es auch immer wieder, Wiederholungsthemen können hochkommen, Trigger-Momente können aufkommen und dadurch wirst du natürlich das ein oder andere Mal versuchen, wegzurennen. Aber du bleibst stehen, du gehst weiterhin in das Vertrauen zum Weg deiner Seele, zum Ruf deiner Seele, weil heute dein höheres Ich ja angepeilt werden soll. Diese Vogelperspektive, dieses egofreie Handeln, ja, und das ist das, was es ausmacht. Diese enorme Qualität deines Daseins, ja, die Art, wie du kommunizierst, die Art, wie du entscheidest, aber auch eben die Art, wie du deine Zukunft jetzt planen möchtest. Und in der Planung liegt auch immer Organisation, in Organisation steht auch immer die Aussprache. Und das ist natürlich dann ganz wichtig für dich, dass du lernst, dass dein Leben, je organisierter es ist, das, was dir deine Seele auch aufzeigt, dass du dein Leben leichter leben kannst. Die Leichtigkeit kann also die Angst besiegen, wenn du weißt, welche Stellenschrauben zu regeln sind. Nur für heute betrachte ich den Menschen, der vor mir steht, als den einzig Wichtigen in diesem Moment. Ego frei, sehr gut. Ich schenke meinem jeweiligen Gegenüber meine volle Wertschätzung, meine ungeteilte Aufmerksamkeit, meinen Respekt, mein Dasein. Und da merkst du, da bist du schon im höheren Ich angekommen. Du bist also jetzt in dem Bewusstsein, dass du es schaffen kannst, dein Gegenüber glücklich zu machen, indem du ihm aufzeigst, ich bin für dich da. Aber indem du ihm einfach das wirklich mit jedem Gefühl, mit jeder Zelle deines Körpers signalisierst und es nicht einfach nur aussprichst, denn diese Floskel, ich bin für dich da, ist schnell gesagt. Aber hier, dieses Dasein, dieses Zuhören, diese Wertschätzung für die Worte, auch wenn du nicht der Meinung bist, einfach zu sagen, es ist okay, es ist deine Meinung, lass uns darüber sprechen und nicht ins Besserwisserische oder auch in den Kampf des Egos, ich will Recht haben gehen, sondern du bist heute harmonisch eingestellt und deswegen kannst du jedem auch die Hand reichen und sagen, hey, ich bin kompromissbereit, lass uns darüber reden, ich habe damit kein Problem. Außerdem bist du derjenige, der heute zählt. Postwendend weißt du auch, dass dieses Resonanzfeld dann natürlich auch auf dich abfärbt und du für jemand anderen genauso bist. Ja, also das ist sehr, sehr schön. Ja, so ist es. Der Weg in die Kompromissbereitschaft, aber auch in das kollektive Miteinander ist schwer, ist meist, ja, nur in der Neutralität und der Begleitung in der Neutralität zu schaffen, aber das musst du für dich herausfinden, ob du da Unterstützung in Form von einem Coach brauchst oder ob du da für dich deinen Weg gehen willst mit deinen Freunden, bekannten Partnern, das ist voll okay. Wichtig ist nur, dass du verstehst, dass auch wenn heute alles gut läuft, trotzdem Triggermomente da sein dürfen, du aber dennoch auch damit rechnen musst, dass der ein oder andere Rückschlag kommt, weil du wirst getestet. Der Test ist nämlich, ob du weiterhin im Vertrauen zu dir bleibst und das ist natürlich etwas sehr, sehr Schweres, wenn man mit negativen Nachrichten belastet wird. Wirst du eventuell morgen, heute nicht, heute bist du wirklich in der Positivität und auch in der Stärke. Es zeigt aber auch auf, dass du diese vorige Perspektive behalten sollst. Geh nicht in, ich will Recht haben, geh nicht in den Angriff, lass dich davon nicht triggern, weil es zeigt dir nur auf, wo dein inneres Kind noch nicht befriedigt worden ist bisher und deswegen einen Rückschlag für dein ganzes Bewusstsein einzugestehen, das wäre nicht so schön. Ja, also das kannst du schon. Nur heute, nur an diesem Tag lächle ich mich an. Ich schaue in den Spiegel und lächle. Ich erblicke mich in einer Schaufensterscheibe im Rückspiegel meines Autos im Wasser und lächle mir zu. Ich sehe mich an und schenke mir ein Lächeln. Den ganzen Tag lang. Nur heute. Und das ist eben diese Positivität. Du beginnst, diese Selbstliebe natürlich in dir zu steigern, zu steigern und noch weiter zu steigern. Aber du weißt auch, dass hinter jedem Lächeln manchmal auch eine Träne sitzt. Aber auch das darf verarbeitet werden. Und deswegen ist es schön, dass du dir heute auch die Wertschätzung schenkst, die du einem anderen schenkst. Deinem Gegenüber hast du ja gesagt, dass du in diesem Moment diesem Menschen deine ganze Aufmerksamkeit schenkst. Und im Spiegelbild bist es eben auch du selbst. Und wenn du gerne mit mir zusammenarbeiten möchtest oder eine Kartenlegung unten in der Infobox findest du meine Website. Ich freue mich auf dich.